Du hast ein geschicktes Händchen, Cousin. Die Yakuza können Leute mit deinen Fähigkeiten gut gebrauchen. Erst einmal 60.000. Ach, das ist aber lieb von dir, du kleiner, süßer Fratz, du. Jetzt würde ich gerne den Alarm ausmachen, weil er nervt mich. Und ja, direkt die nächste Mission bei Yakuza kann ich nicht machen, weil zu wenig Ruhe ist beendet. Heißt, ich muss schon wieder Zalbatsu-Skillen bringen. Warte mal, ich armer Wicht. Und wie komme ich hier von dieser verdammten Insel gehört? Nö, ein Flammenwerfer. Cool. Oh Leute, hier ist ein Nest. Wo kommen die denn alle her? Ist hier wohl ein Fußballspiel? Oder Freibier? Ups. So. Wenn ich jetzt zur Kirche kommen sollte, so per Zufall, wäre ich hier auch richtig, Toddi. Boah, ist das ein Hemming. Meine Stimme darf immer so tief wie vor. Ich will speichern. Ich weiß nicht wo. Oh, oh. Viel Zeit. Ich muss mal benehmen. Ah, ich glaube... Ich bin auf der richtigen... Nein, bin nicht. Scheiße. Du darfst, okay, hier kann ich nicht auch in dieser Kirche speichern? Ging das nicht? Also jetzt ohne Witz. Ich glaube, du musst nicht unbedingt zu meiner Kirche fliegen. Oh, oh. Fliegen. Aber das ist ja kein Eingang, ne? Oder? Ich kann da gar nicht speichern. Scheiße. Ich glaube, man muss aber nach rechts, also sprich, gehen. Gehen Osten. Boah, ich feier richtig besorgen. Äh, wo ist mein Zuhause? Wo ist mein Zuhause? Oh, da sind die Ängsten. Ich kann mir das auch nicht merken, ne? Ja, Wolski. Moin. Speichern. Geil. Halleluja! Another Serbian! Cool. So, also. Next stop, Saibatsu Land. Ähm. Bisschen Respekt ernten. Achso, hier sind wir ja schon überall. Hups. 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 Oh, die finden mich jetzt nur so neutral. Wie geil auch. Ich kill die hier rein. Also, die decken sich so. Guck mal, wie sich das in den Weg geht. Bislang hat er nur unwichtige Leute gekillt. Achso, ich muss ja gar nicht mehr in den Weg umbringen. Da war ich gerade schon ein bisschen abgelenkt. Also, ab zu den Jakobsers. Egal. Ups. Mecker fritzt am Start. Ich verflussbar mich mal kurz. Das gibt ja da keinen Bonus mehr. Schade. Nein. Krühzei am Hals. Gibt es irgendwas? Nein. Gibt es irgendwas? Hallo? 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 Ist auch nichts. Okay. Ich weiß auch gar nicht, mit welchem Auto ich so schnell genug bin, dass ich hier einmal... Fuck. Hoffentlich nicht mit dem hier. Park mal kurz rückwärts ein, damit mich da die Leute da nicht verhaften. Ja, du Megakopf, jetzt darfst du mal weggehen. Ich will mich hier in Ruhe meinen Job anlegen. Und es leckt nicht mehr. Es leckt nicht mehr. By the way. Ganz großes Kino. Dankeschön. Oh, ich darf schon da knallig jetzt gehen. Oh, ich will mal so einen Armoblauf nochmal machen. Hier, komm. Das Ding da. Aber ich glaube, ich... Na, das ist scheiße. Wenn ich das jetzt mache und dabei versage... Nee. Tut mir leid. Aber das wäre... Ist zu kurz gedacht. Ich möchte die Generationen durchkriegen. Die Hauptmüssen. Nee, ein bisschen kann man immer später machen. Für mich. Oder? Sonst meckern einfach in den Kommentaren. Ups. Das tut mir alles so leicht. Ähm... Wo sind denn die Akutzer? Die Schilden nehmen auf der Eise. Ups. Ja, ich kann überfahren, weil die Polizei wird uns jetzt sehen. Da ist das Zeichen. Da muss ich hin. Nee, nicht dahin. Auf die Insel. Ups. So, ein bisschen flammen. Hat noch keiner geschadet. Keine. Keine. Ich meine nicht. Hier. Da muss ich dahin. Hier. Unten raus. Nicht das hin. Das ist schön tief in den Süden. Die Sonne wahrscheinlich. Ein verschiedenen Dings. Braucht das nicht mehr. Hä? Gibt's ja gar keinen anderen Weg? Muss ich jetzt hier einmal rum oder was? Das ist ja doof. Oh, sorry. Ich darf hier nicht alle umholzen. Uh, jetzt wird's kennig. Gar nichts los. Gar nichts los. Guten Tag. Und eben mal kurz in einen Wagen. Und... Hier geht's runter. Ja! Ich will die gar nicht umholzen. Jetzt nochmal die Polizei erwischen. Das wäre richtig beschissen. Ach geil! Er schnappt ein Taxi und fährt jetzt damit rum. So, ich steig hier schon mal aus. Insoweit ist es ja auch nicht mehr. Und er... Geil! Er schnappt die Taxi und fährt jetzt damit rum. Weil er hat das. So springen wir natürlich auch selten, ne? Also. Nächste Mission. Wie viel gibt's eigentlich von den Roten? Da haben wir auch schon die Jakuza durch, ne? Mein Lulis haben noch gar nichts gemacht. Mein Lulis sind uns gar nicht mehr so scheiße wie vorher. Also, was geht ab? Stoppe den Panzer. Genau! Genau! Dafür brauch ich den ja auch wahrscheinlich. Lieblich sind wir sehen, was? Um mein Liebes zu schrotz zu machen. Ich brauch deine Hilfe. Ja! Na klar. Sorry, Leute. Ich nehme das nicht persönlich. Ich soll ein Panzer stoppen. Genau! Genau! Leute, bist du dämt? Ich kann pennen und... Ja, muss ich noch was trinken. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der fällt ein. Ah! 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 Scheiße! 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 Nein! Oh Mann! Hätt ich das gewusst? Shit! Ich wusste ja nicht, wieso rase ich da auf. Auch wie so ein Irrer rein. Ja! Äh! Ach so! Aber... Aber es war top. Also, so geil war ich noch nie drauf. 45 entführte Fahrzeuge? Überfahrene Zivilisten. 240 nur. Gibt's da mehr von, ne? Krass! Ja, ich... Ich starte den letzten Status nochmal neu. Guck mal, bald eine halbe Million im Kasten. Und die ganzen Waffen sind ja noch halbwegs da, oder? Ja. Ja. Nein, das ist in meiner Hand. Guck mal, da kannst du dich verziehen, ey. Also, ich fahre jetzt sofort wieder zu denen, der kurz sagt, ey. Guck halt. Ob ich das diesmal ein bisschen cleverer gelöst kriege. Scheiße. Falsch. Ach, der Respekt reicht ja noch nicht. Ach man, schade. Nein! Und ich schaffe nicht mal alle. Oh, es ist ein Trauerspiel. Es ist so traurig. Ich muss ja noch ein paar Zeit Batsu umliegen. Ach man. Mein Unvermögen überrascht mich selber. So, 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 so. Jetzt findet nämlich wieder geil. Also, umkehren. Und nochmal die Panzermission versuchen. Oh Mann, ey. Wieso lasst du mich da auch so dumm abschießen? War nicht die hellste Nummer von mir, gebe ich zu. Was soll ein Panzer abknallen? Ich fahre mal voll da rein, so. Meine Muskeln kann ja keiner was. Ähm, muss ich nicht irgendwann mal. Aha. Nee, das geht ja nicht. Ups. Okay, rote Pfeil ist schon angezeigt. Wie komme ich jetzt noch auf die Insel genau hier, ne? Oh Leute, nun macht mir das Leben nicht so schwer. Wo komme ich auf die Insel? Wo komme ich auf die Insel? Wo, 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 wo? Oh, sorry. Nein! Ich muss jetzt halt mal zu skimmen, weil ich nicht wieder... Nein, ach nö. Och, Mensch, nein. Boah, was rennen die mir auch direkt vor die Flinte hier? Oder vor das Fahrzeug? Das ist doch scheiße. Ach, Mann. Ähm, mein Auto ist auch noch so langsam. Das macht dir überhaupt keinen Bock, keinen Bock für den. Dann werde ich jetzt erstmal gründlich ein paar davon umhüten von Intervatsus, ja? Damit... Mein Flamtenhafer! Damit sich das nicht sofort wieder ändert, hier. Ach, Mensch. Das ist ja scheiße. Aber es ist ja auch immerhin die, die... Eine der schwersten Mission. Dieser Weg wird steinig und schwer. Boah, und dieser Wagen ist so lahm. Der sieht eigentlich total sportlich aus, aber er geht einem nur auf die Eier. Boah! Können wir nicht veranlas fahren? Sonntagsfahrer? Überall. Überall. So, hier ist das halt ein paar zu lang. Ich mach das jetzt so lange, dass die Anzeige da oben bei Linienkursas blinkt. Also, beim Pluszeichen, ne? Ich glaub, das geht mir nicht. Und da haben wir jetzt Back drauf. Ich mach hier keine halben Sachen mehr. Ich find mich natürlich nachher scheiße, die Zaiwatsu. Ich kann ja gar nicht nachvollziehen. Ich dezimier die doch nur. Die Polizei verwendet auch wieder kaputt. Toll! Boah, es rennt. Tschüss. Nein, daneben. Ach, die Polizei. Und hier sind keine Zaiwatsu-Servers. Doch, da sind welche. Ich nehm die Drückeberger-Ausfahrt. Genau. Mitten ins glorreiche Land. Der schwarzen Anzugträger hier. Ja, da krieg ich doch gleich drei. So. Ähm, ich hätt zwar jetzt schon wieder ein Plus... Äh, ich hätt jetzt schon wieder vollsten Respekt. Aber, nackt mir nicht. Ich will, dass das Pluszeichen blinkt. Kommt man hier durch? Ja. Oh, ein GTA 2-Zeichen. Ja, blinkt das hier noch irgendwann, oder? Ist das hier ne brotlose Kunst? Ich glaube, der Polizei geht jetzt richtig am Arsch vorbei, wenn ich jetzt seinen Batschus kille, ne? Weil Zivilisten zeigen ihm... Also kommen ihm einen Zeigefinger und drohen mir, aber... Bei dem hier? Denen egal, kein Ding. Stimmt? Ich repare das mal schnell. Kostet nur einen Keks. Boah, man. Ich hab's gerade repaired und da kommt der R.M. in seinem Truck hier. Macht ihm noch dicke Box. Ja, jetzt blinkt das. Also. Ähm. Bist du irgendwas einzusammeln? Nö. So, hier bin ich wieder. Das ist ja ganz geil. Und jetzt ab zu den Jagu-Zes. Man, aber vorsichtig und gemerkt. Gemacht, gemacht. Gut, genau wo ich hinfahre. Nicht gegen die Wand. Das Handy ist echt nie nichts eigentlich. Zumindest bei diesem Auto. Ist doch schön, dass so wunderschön hier ist. Können wir auch kurz speichern. Damit, ähm... Ich, falls ich jetzt wieder versagen sollte, das nicht mehr so schwer hab. Ich mach's mal kurz. Aber wieso bin ich denn gerade eben eigentlich so rest in peace wieder gewesen, wenn ich eigentlich da oben eine rote 4 hab? Mal 4. Was heißt das? Ich glaub, sonst... Na ja, Google ist ein Freund. Ich kann's auch mal nachgucken. Aber so hilft es... Hilflos will ich mir auch wenn ich darstellen. Äh... Also Memo an mich. Keine Yaku-Zer umfahren. Und da ist auch wieder der rote Pfeil. Und da soll ich hin. Und ich fahr perfekt Auto. Ich fahre jetzt außerfalls mal der Straße. Denn da laufen eher weniger Löffel rum, die ich umfahren könnte. Ja, ich fahr heute mal nicht in der Löffelstraße nach. Beide. So. Und irgendwo steht hier bei denen ja noch nie eine Panzerin. Das weiß ich. Nein. So. Guten Tag. Panzer in Führung. Lass mich raten. Stoppe den Panzer. Hier, Johnny. Ich hab keine Ahnung. Holt hier mit mir die Flägerwäule in den Kragen und senden einen Panzer und Bodentruppen. Ach, er sagt's sogar noch mit Bodentruppen. Und was mach ich? Nein, 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 nein. Ich krieg da schon hin. Ich schnapp mir erstmal schnell das Gefährt. Ihn hier. So. Und jetzt geb ich Gas. Mann! Ich geb Gas. Mann! So. Diesmal fahr ich nicht so unachtsam. Ich will gucken, wo der Panzer chillt. Na, wo ist er denn? Da müsste er irgendwo sein. So, ich mach das jetzt mal ganz cool. Ich rüste mich nämlich. Na? So, und neben muss ich jetzt nur noch... Hä? Scheiße. Na komm schon. Nein! 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 Du, die Häuser rettet mir denn vor die Flinte! Nein! Ah, ich hab'n Panzer. Geil! Nein! Ey, ich will'n Panzer haben. Wieso steigt er nicht in den Panzer ein? Was macht er denn? Mann, du Sack! Was ist das Bistolen für'n Arsch? Ach, Mann, scheiße. Du musst das noch mal machen, oder was? Ach, lass mich schon in Ruhe, ihr blöden... Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich dreht euch! Das ist ja wohl ein Witz! Und ich hab'n Kaffee mehr. Ich dreht... Oh, nö, ey. So.